hier bin ich denn hier gelandet aber abgebogen so fertig gut aluminium pulver brauchen wir brauchten wir das nicht und können wir doch mal ach man dieses weiß ich dass man braucht um bin ich hier weiter weiter weg immer anders da gab es ja auf der anderen seite dann auch noch so bin hier im ganz komischen bezirke landet landet wieder hier lang gehen wollte nicht mal ihre erkältung keilen ich weiß nicht ob man die nur einmal heilen muss und dann sind sie für mal ewig geheilt hast du so ein blei rohr du bist du mich erkältet und würde es eigentlich dann auch auch medikament bekommen ich kann es am tante eigentlich entwickeln das ist echt doof kalium ich will nicht wie wir zirke werden können also werden auf jeden fall einen run machen und wieder ausgeht aber hier in white shop haben wir auch schon einige quests erledigt die einzelne question noch nicht erledigt ist es halt diese mit tippets aber sonst wären wir uns zwei sind zusammen ist aber so dass wir tippets halt nicht nicht ist ist Well, this neighborhood is linked somehow to the kind lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Potrescu fellow. I want to go to another drunk hall, so I'm littering the streets. Not me. Du bist unbekannt hier, wir können mit dir mal reden. Du hast von deinem Forschung gesprochen, Sir. Ich bin Loretta Swanbra, und es ist immer ein Freude, zu treffen zu einem fellow Healer. Was ist das? Du hast das. Ich habe drei Mal bei euch das, nicht wahr? Danke. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Goodbye, Miss Swanbra. Perhaps we'll talk again. This one recordial will be the answer to all your problems. And now it's a matter more. Okay. What? What do you want? Leave me alone. Good evening, Sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, Sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. The strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Niddercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby? Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Good. Hmm 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 hmm. Na komm, willkommen da schon rein. Ah, komm mit den beiden Chaoten nochmal reden. Please, I don't have your money. Come on, Barrett. Welcome Sir. Please take a browser of my wares. Ich bin Dr. Reed. Ich würde dich ein paar Fragen stellen, wenn du nicht mindst. Dr.? Interessant. Ich bin Barrett Lewis. Usually, ich habe keine Zeit zu warten, aber an dieser Zeit der Nacht, ich kann gar nicht aufhören. Haben Sie gehört von einer Nurse, der Dorothee Crane? Nurse Crane? So eine B***h wirklich ist eine Nurse, dann? Ich habe immer gedacht, dass sie nur ein krafty foreigner war. Ja, sie ist eine Nurse, und eine sehr gute Frau. Was hat sie gemacht, um so eine Notarität zu bekommen? Dorothee Crane ist gar nicht eine richtige Name. etwas wie Dorothea Craneu. etwas wie das. Sie kam nach England, um die Krieg zu entfernen. Das kann nicht erklären, warum sie dich so sehr irritiert. Deine Lieblings-Nurse Crane gibt die Medikationen und Preskriptionen, für frei. Ich wollte es verkaufen, aber nicht. Frau Crane wollte, dass sie die Quier-Saint gespielt haben. Ah. Wie ist das Geschäft hierher? Geschäft? Ich habe keine Geschäft. Zwischen diesen Racket, Verhebt und die Kunden die Angst haben, ich verletzte Geld jeden Tag. Ich verstehe. Es klingt, dass du jemanden, in particular, für deine Situation. Es ist kein Geheimnis, dass Joe Petersen seine Zeit verletzt. Aber mit mir... er versucht, mich aus dem Geschäft zu machen, einmal und für alle. Als Merchant, du siehst den Whitechapel jeden Tag. Hast du nichts von den Ordnungen gesehen? Du meinst, die Epidemie, die Krieg, und all die übliche Werte? Wie lange ich mich daran erinnern, diese Stadt war eine Bordung, und noch keine Bordung des Bordung. Ja. Die Bordung wird in der Bordung erhöhen. Ja. Ein paar Nachts vorhin, ein paar Bordungen kamen zu mir. Er kam aus einem von den Verkaufeln. Fieber. Schmerz. Was auch so. Wo ist das passiert? Warum bist du da? In den Verkaufeln von Verkaufeln. Ich arbeite da dort als Freundin, in besseren Zeit. Jetzt bin ich nur zu finden trinkets oder bauten. Es ist zu schlecht, dass ich einen Muggen hatte. Es gab gute Geld in die kleine Bordung, die ich verloren habe. Ah. Neue Nebenbisschen. Habt ihr geholfen? Nein. Aber das war nur, weil ich wie in der Hölle fuhr. Die Männer waren raffende Lunatiker. Ich sag dir. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ich konnte nur schreien. Auf Wiedersehen, Herr Lewis. Ah. Okay. Also. Können wir den mir ein bisschen schon mal anwählen. Ah. Okay. Die trifft auf beide zu. Und mach ich das doch mal gerne. Das mach ich doch gerne. Ja. Entschuldigung, Herr. Ich habe ein paar Fragen für Sie. Ein anderer Journalist? Ich habe keine Antwort auf den ersten Fragen. So, Piss auf. Ich bin kein Journalist. Ich bin ein Doktor. Ein Doktor? Du sagst. Es ist ziemlich schwer. Ich bin ein Doktor. Die sind dort für mich. Das sind Sie? Und hier bin ich. Die Frau ist ein Doktor. Der Jonathan Reed, an seinem Geschäft. Ich bin Joe Peterson, der sich ein bisschen. Aber derốere Joe ist ein. Und ich will nicht den Ihr screwdriver. Deine Frau erwähnen Sie von einer Frau? keine Frau ist Dorte. Sie ist meine Freundin und sie leben hier. Dorte? Dorte Crane? Ja, ich weiß sie. Einiger sehr guter Säge zu helfen uns hier. Kannst du mich noch mehr über sie erzählen? Sie ist eine schöne Frau. Sie versuchen die Migranten zu helfen. Ich wollte sie sagen, aber sie sagte, dass meine Reputation zu sehr viel Aufmerksam ist. Wie bist du der lokale Bully, die alle Angst haben, Joe? Es gibt keine Angst, dass die Schmerzen auf die Schmerzen. Aber das ist der einzige Job, die ich gefunden habe. Und das Geld auch. Ein Job? Also, du bist für jemanden. Ich wurde von den Wett-Boot-Boys, eine Gang aus den Docks. Ich bin ihre Muscle für ihre Schmerzen. Du wirst auf irgendwelche Kosten, sogar auf den Kosten der anderen. Vielleicht ist das nur die Art der Natur. Ich weiß nicht, was du denkst, Herr. Ich mache, was ich muss machen, für meine eigenen Gründe. Und das ist das. Ich bin nicht sicher, dass Herr Lewis mit deinem Wettbewerb mit deinem Wettbewerb. Oh, du denkst du wirklich, dass er die schlechte Schmerzen hier ist? Barrett kann so schmerzen wie jeder. Ich habe schon lange gesagt, dass ich den Mann aus meinem Lieblings-Wettbewerb mit deinem Wettbewerb. Ich kann mich fragen, was du hier machst? Ich mache alles, was ich möchte, und manchmal noch mehr. Jetzt schau mal. Tschüss, Herr Petersen. Gut, um... Was ist da? Guten Abend, Doktor. Kann ich dir helfen? Ich habe gehört, dass du eine medizinische Mediklinie in Weichau beschäftigst. Was wissen Sie davon? Nicht viel, ich habe Angst. Sie sind wehren von Verwandern und ich bin nicht wirklich mit ihnen. Warum gehst du? Ich bin sicher, dass eine der Pfarrer von Pembroke aus dem Pfarrer wird mit ungewöhnlichen Aktivitäten. Ah, es könnte Dorothy Crane sein? Oh nein, du bist ein guter Journalist, Herr Darby. Was wissen Sie von ihrer Freundin? Ein Mann namens Darius? Ich weiß nicht viel über den Mann. Er ist sehr furchtig. Er ist niemals raus, er sieht nicht aus, dass er keine Freunde oder Familie hat. Er hat keine Relativen überhaupt? Nein, außer dem Mann, ein Poet namens Richard Nithercott, der manchmal kommt. Darius würde niemals ihn in. Wo kann ich diesen Herr Nithercott finden? Er spenden die meisten seiner Zeit über den Whitechapel, zu sprechen oder zu erzählen versen. In diesen Tagen kannst du ihn nach der Kirche finden. Er niemals rauskommt? Nein, ein paar Tage vorhin er hat er nicht erwartet. Ich folgte ihn, aber es war nur ein russ, um mich entfernt von seinem Haus zu entfernen. Wirklich? Wie wissen Sie? Er ging nach der nächsten Mailbox, aber kurz bevor er aufbaut, er es rauskommt und es rauskommt. Mm-hmm. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Tschüss, ne? Danke. Danke fürs Quatschen. Ähm... kräfte Töne. Und jetzt sieht's aus. Ich hab mich nicht gebracht. Du bist bald ein großer Gerät, aber nicht mehr. Ich hab mich nicht geladen. Das ist mal aufgehört. Ich hab mich nie geladen. Aber das ist nicht überall. Ich hab dich aufgehört. Gaswerfer? Was hast du? Hey! Fang mal mit ihm! Da muss ich nicht so viel gegen kämpfen Wo ist er da? Hi! Ja, da muss ich deswegen nicht die ganze Zeit gegen ihn kämpfen Er hat mir dann schon sehr einfach gemacht Das ist sehr einfach, ne? Es ist allgemein hartes Fiech, aber Ja, das ist auch ziemlich lustig, gerade wenn ich solche 4W-Gegner Ich glaube, das wird noch, also ich glaube, das Spiel wird noch ganz schön Ich bin anspruchsvoll Deswegen, aber Wollen wir es mal wahr Wollen wir es mal wieder Wollen wir eigentlich auch bekämpfen? Ich weiß es mal ein bisschen Ich weiß es immer nicht Ja, komm Warum nicht? Irgendwie Der hat dann wieder hinter Auch müde Auch müde er nicht Ne, glas Fion Ne, ernsthaft? Wenn er sich hier raus muss Wenn er sich hier raus muss Natürlich muss ich das Also Ja, immer das machen, Alter Okay Durchgegen der den Angriff Da ist noch nicht gezählt Na, ich will meine Energie wieder haben, mein Blut Guter Versuch, aber ne Da haben wir sagen, habe ich jetzt wieder auch gelernt, ne? Dann kann er auch nicht blocken, ne? Das ist auch cool Aber gut Das ist ein bisschen am Blatt Ich habe mir das Gefühl, sie sich sehr sehr am Blattbohr orientiert haben Nur natürlich Sehr, sehr viel einfacher Das ist easy Blattbohrn 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 Auf einfachen Bin ich hier jetzt gelandet Da 3,4 wieder mal Ich weiß mich an Liebe dir ihn hier anlegen Okay, da Das sind die beiden Okay, das ist ja Richtig überschaubar noch Bin ich ja mal froh Jetzt ist noch ein Oh Ein starken schon weg So Dann hätten wir die auch schon Oh ne, oder? Oh Gott Ich glaube Ich würde mich deswegen auch noch ein bisschen warten mit Skillen Ich weiß, da steht ja die ganze Zeit Ich kann mich ja skillen Ich kann mich ja skillen Ja ist ja gut, alter Damit ich noch mal gern irgendwie noch mal ganz herzhaft zubeißen, bevor du stoppst Da kann ich meine Energie nämlich komplett machen Da kann ich meine Energie nämlich komplett machen Die mal 8 Die mal am Ende der 120 Ich bin jetzt schon Um, ach so es gibt aber zwei eingänge okay wir haben das erste dem wolf genommen ja es kann ja bloot ja es kann ja bloot ja 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 Wo ist das paket die frage Kleine kiste es gibt keine leichte art das zu sagen darum sage ich jetzt einfach frei raus wir können so nicht weitermachen zumindest kann ich ich kann es nicht wenn joe jemals herausfindet dass wir eine frau und sein bester freund Es würde ihn zerstören und dann würde er dich töten wir hatten schon zeiten zusammen dafür müssen es einsehen ich werde Niemals deine deine jane levis lewis werden du weißt es und ich weiß es auch also beende ich es hier und jetzt wenn du meine entscheidung Respektiert werden wir joe du und ich sicherlich auch immer wieder glücklich sein der wichtigste teil unserer geschichte wird immer Ein geheimnisbehalten bis zu diesem tage hoffe ich dass du mir vergeben kannst leben und wohl jane peterson A love letter from joe petersons wife addressed barrett lewis Who should i give it to i wonder Ähm Warte Es geht um barrett Also würde ich sagen geben wir das auch barrett also außer aus der vierndes weil Wer soll der andere damit also ne ich glaube ich bin echt wie das jetzt barrett Weil es doch am barrett ging Joe please i don't have your money Come on Fancy buying something sir You never lose your focus do you I found this box in an abandoned building nearby I believe it belongs to you Let's have a look Yeah this is mine So you face those looms that roam around there Extraordinary I suppose I was lucky Luck is a commodity round here Yours should be properly rewarded About this package It's not just tools and trinkets is it I want to be rude or anything after your kind gesture But it's none of your business You had an affair with Joe's wife didn't you Yeah I did She's the only woman I loved My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born The second is I never shed a tear when she died Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure And it's better that way And I don't believe I'd have been all that bad as a dad Did you ever try talking to Joe? Never But I suspected he knew everything even without knowing it And he decided to make me pay in his own way Joe Peterson He's the villain here isn't he? But you seem to know each other I've known Joe for years I saw him box once or twice He was a friend then But these days He's just another thug What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you obviously Colossus Joe was a decent boxer Good one even But after his wife passed away He found every excuse to stop training Just wanted to pick fights with everyone It's never easy to find a new path in life Especially after the loss of a loved one But crime is certainly not the best option We've all had some rough times, haven't we? But most of us don't use our fists to see us through And no one has ever stood up to this thug Nobody will be fool enough to stand against the wet boot, boy Okay Goodbye for now Mr. Lewis Good, we have the mission abgeschlossen I should never have taken over my head You again? What do you want this time? Goodbye Mr. Peterson Good, I'm back again I'm back again Mmh hmm ein kleiner blumenstrauß ein gutschein für eine kostenlose unterschiedliche untersuchung zwischen dem blumen versteckt das war es daryos petritius brief meine meine lieben kinder es tut mir so leid dass ich einige monate lang nichts von mir gehört dass sie nicht zu mir gehört habt die lage in london war schwierig ich weiß es klingt vielleicht egoistisch und töricht wenn ihr meine kinder wenn ihr meine kinder noch in diesem land lebt als formal das vom krieg heimgesucht wird aber auch hier in england tobt ein krieg ein krieg gegen armut und ungerechtigkeit diesen krieg will ich will ich trotzdem als fortgeschritten alles führen deshalb schreibe ich heute ich euch heute ich werde nicht nach rumänien zurückkehren das bedeutet ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder bevor ich sterbe seid nicht traurig meine lieben ihr seid mittlerweile erwachsen und habt selbst kinder ihr wisst welche opfer wir manchmal bringen müssen um diese welt zu einem besseren ort zu machen und dieses muss ich nun bringen damit ich noch ein letztes moment sich mich noch ein letztes moment nützlich führen kann ich wünsche euch ein langes und glückliches leben gibt meine gibt meinen enkeln einen kuss von mir und vergesst nicht dass euer vater von euch euch auch weit ab der kalten heimat liebt euer euch ewige liebener vater der darius petrisco